Stadt TV Bad Hersfeld. Sehen und hören, was uns bewegt. Musik Bayerische Sieben gibt es jetzt 27 Jahre, also ohne Unterbrechung praktisch. Vor 27 Jahren, also ich bin Gründungsmitglied, die Mutter der Kompanie und es sind viele schon sehr lange dabei, also drei noch, schon seit über 20 Jahren auch und unser Blondi auch schon das zwölfte Jahr. Also wir haben seit zwölf Jahren keinen Wechsel mehr gehabt und es ist eine reine Frauenband und ja, mit einem wunderschönen Bläsersatz, das werden Sie schon gehört haben, was auch nicht so üblich ist und ja, wir haben Spaß am Musikmachen. Der Tag hat ziemlich hart, doch das ist jetzt vorbei. Bis morgen viele hände, viele Tage, viele Tage, viele Tage, viele Tage, viele Tage, ich weiß, keine Frage, da kann's kein langer Wert, da musst du gar nichts haben, denn da bist du und das ist jetzt die letzte ganze Welt. Musik Unser Motto ist Spaß haben und Spaß haben mit dem Publikum, also das Publikum mitfeiert, mit uns feiert und wir einfach jeden Abend eine tolle Party zusammen feiern. Und wenn wir das schaffen und die Gäste mitmachen, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Was wünschen Sie sich von Ihren Fans? Wir wünschen uns, also von unseren Fans, für uns eigentlich nichts. Wir wünschen uns, dass die Menschen, die uns besuchen, unsere Fans, die uns besuchen, einfach ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen können. Und ja, das ist unser Wunsch so für die Fans und für die Freunde, die hier sind, vergesst eure Sorgen, feiert und morgen früh schaut es wieder anders aus, aber das gilt jetzt nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020